Osiris, formieren. Sind alle bereit? Ehrlich gesagt, Tanaka, ich würde dich gern noch um einen Gefallen bitten. Sagst du ein paar nette Worte? Wir haben es weit gebracht, aber der Weg ist noch lang. Springen wir ab, wie wir es gelernt haben, und treten wir in ein paar Ärsche. 90 Sekunden bis zum Absetzpunkt. Und sobald wir zurück sind, geht die erste Runde auf Baden. Wenn wir das hier überleben, kaufe ich die ganze verdammte Kneipe. Feuer, Temosiris. Grünes Licht. Der Fall der Allianz, Leute. Wollen wir dafür sorgen, dass die Allianz wirklich fällt, oder? Oh Mann, was für ein Schlachtfeld mal wieder. So. Alles sauber. Macht die Luftabwehr unschädlich. Zielt auf das Geschütz selbst. Oder die Energieversorgung. Der Wächter befindet sich am anderen Ende der Stadt. In diese Richtung haben wir mehrere Luftabwehrstellungen entdeckt. Wir kümmern uns auf den Weg um die Luftabwehr. Viel Erfolgsmann. Ihnen auch, Gebieter. Schwerter von Seng Helios. Heute wird zu Neion fallen. Und mit ihm die Allianz. Zu mir, ihr Brüder. Okay, ihr habt das gehört. Die Allianz soll fallen. Das ist noch ein langer Weg zum Wächter. Also los. Jaja, und ihr wisst, ich scanne lieber hier die Gegend ab. Oh Mann, das fängt wieder super an, oder? Gegner, bei der Tür. Was? Das war ja mal gar kein Problem. Okay, sehen wir uns erstmal hier in dieser Richtung etwas weiter um. Wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Dann erst hier lang. Oh Mann. Ich glaube, der Schlachtzug hier wird ein finaler Schlachtzug. Ah ja, was haben wir denn da? Äh. Wie komme ich da oben hin? Vielleicht komme ich ja da oben hin. Und von da aus da oben hin. So. Dann hier rum. So. Sehr schön. Sieht genauso aus wie der eine Planet aus Star Wars, oder? So. Wofür der Weg hier hin? Bestimmt hat das irgendwas zu bedeuten. Das sieht so merkwürdig aus. Okay. Hallo, Buck. Da würde ich sagen, es geht auf in Richtung des Wächters. Damit wir den bloß... ... erreichen können. ... bevor Cortana ihn selbst aktiviert, meine Güte. So. Weiter durch die Stadt. Woher wissen wir denn, ob Dr. Horseys Plan wirklich funktioniert hat? Wenn der Wächter sich bewegt. Wir müssen nur nah genug dran sein, um ein Bord springen zu können. Schwerter von St. Angelius. Meldung von allen Schiffen hervorgen. Bereit. Und Slot bereit. Evolution bereit. Da, eine Flaggstelle. Schaltet sie aus. Verschaffen wir dem Gebieter etwas. Alle Schiffe. Feuer auf die Allianz. Luft einhalten konzentrieren. Schicken wir sie in ein feuchtes Grab. Die Flotte des Gebietes trifft ein. Zerstört die Flagg, damit sie eine Chance haben. Oh Mann. Das war ja wohl mal gar nichts mit den Granaten. So. Energiekern zerstört. Spatenblock, ein Schwerter von St. Gilius. Luftabwehr ausgeschaltet. Bestätigt Luftunterstützung unterwegs. Bewegung. Es gibt noch viel zu tun. Sektor, Granate! Fangt das oder auch nicht. Ich habe keine Granate mehr. So. Okay. Ah, oh. Die Galiliten sollten wir eher mit einer anderen Waffen kämpfen, als mit einer Pistole. Da war ein bisschen Glück im Spiel. Sturmkampferabiner nehme ich mit. So, ganz kurz hier noch einmal scannen. Sehr schön. Ich hätte trotzdem sehr gerne etwas mehr Unterstützung von unseren guten Schwertern, um ehrlich zu sein. Hier geht es rein. Bug, alles in Ordnung. Wir helfen hier mal eben. So. Ihr merkt schon, ich kämpfe sehr, sehr nahkampfbetont. Ich gehe jetzt sogar nach oben. Gar kein Problem. Und mein Datenpett, ich weiß. Was ist das denn? Wah. Das sollte das Geschütz gewesen sein. Oh, ein Karabiner. Danke. Erledigt. Erledigt. Eine Elite. Die sollten wir auch besiegen können. So. So. Und so. Perfekt. Munition, Munition. Dann würde ich sagen, einmal runter. Dann nehmen wir uns noch schnell nach Möglichkeit unten das Datenpad mit. Und dann geht es noch weiter. Oh Mann. Was für ein Angriff, oder? Konsole. Zwei von acht. Sprech nicht zum heiligen Wächter von Zunheiern. Bitte nur, dass er regungslos bleibt. Sollte er je erwachen, wird er unsere Welt in Stücke reißen. Okay, ihr habt es gehört. Die Allianz hat sich jetzt auch schon Schlimmes befürchtet. Zumindest was einen Wächter betrifft. Da sollen wir hin. Wir gehen erstmal hier in diese Richtung. Was war das? Hat es da irgendwie eine Landungskapsel? Da kommt man echt drüber. Kommt man da auch anders hoch? Ich weiß es nicht. Für den Weg aber gerade echt interessant. Schade. So, und die Musik ist echt klasse. So, da würde ich sagen, geht es weiter, Leute. Plasmageschütz brauchen wir nicht. Wir bleiben bei unseren Waffen. Keine Munition mehr. Das ist alles andere als gut. Wow. Das sehe ich jetzt erst. Sehr große Raumaktivität. Oh, Mann. Okay, hier haben wir scheinbar nichts mehr. Da geht es weiter. Den Wächter entgegen. Noch mehr Luftabwehr. Schaltet sie aus. Nein, kommt schon. So. Okay. Dann einmal etwas näher in den Nahkampf. Falsch. Hier ist die Batterie. Habt den Energiekerne im Visier. Geschütz zerstört. Schwerter von St. Helios. Wir haben noch ein Geschütz erledigt. Bestätigt, Spaten. An alle Schiffe, die Spaten, haben uns mehr Luftraum geschaffen. Jetzt rein da und macht euch nützlich. Für wahr, für wahr. So, haben wir hier noch etwas. Sieht nicht so aus. Aber es ist schon Wahnsinn, oder? Feinde im Durchgang. Oh, wei. Oh, wei, oh, wei. Nicht so frech, bitte. So, das sollte es gewesen sein. War ja gar nicht mehr so schwierig. Au, ein Terminal, oder? Nicht? Schade. Scheinbar Energiekern, oder ist das in die Richtung. Oh, Mann, aber noch mal. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Was für eine Schlacht, vor allen Dingen. Und das ist also das Ende der Allianz. Oh, mein Vertrauen in Dr. Hose hält sich in Grenzen. Diese drei Geschütze, schaltet sie aus. Drei Stück. Okay, taktisch und schnell. Halt meine Geschütze nicht an. Ein Schild, ich komme nicht rein. Ich glaube, da müssen wir rein, oder? Nee. Panzerungsausfall. Hilfe. Auch Unterstützung. Hilfe. Bitteschön, Spaten. Oh, Mann. Oder klappen sie alle oben. Oh, Mann. Okay, also da oben rein sollten wir erstmal gar nicht gehen, glaube ich. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war nichts. Ach, Back. Komm schon. Okay, bin wieder da. Danke. Erledige diesen Elite. So. Schön defensiv bleiben, Leute. Dann schaffen wir das. Batterie. Was brückt denn diese Batterie? Plasma-Batterie. Das sollte den Schild ausschalten. Hängen wir uns rein. Geschafft. So, wir laufen hier mal ganz schnell rum. Ein Geschütz erledigt. Noch zwei übrig. Mann. Das war knapp. Mit dem Geschütz habe ich nicht gerechnet. Hat eine Granate verloren. So. Okay. Ganz blöde Idee. Ganz blöde Idee. Idee verworfen. Und stell und planen. Autsch. Autsch. Okay, die Luft sieht soweit sauber aus. Die Luft ist rein. Mann. Wo ist die Energiequelle des letzten Geschützes? Drei Geschütze hier. Schaltet sie aus. Wir dürfen unser Taxi nicht verpassen. Da oben. Das ist nur die oberste Etage. Feuer, poppastiert. Sehe ich jetzt erst. Die letzte Energiequelle ist hinter dem Schild. Wie kommen wir da rein? So schon mal nicht. Wir nehmen uns mal, wie das Geschütze ist. Das hat gut funktioniert. Schild erledigt. Schaltet das letzte Geschütze aus. Mitten ins Schwarzer Loch. Ja, ist auch nicht schwierig bei so vielen Grunts hier rumlaufen. Ohne sich nicht zu wehren müssen. Munition. Was haben wir denn hier? Nee, danke. Okay. Auf zum letzten Geschütz. Erledigt die Geschütze. Such nach der Energiequelle oder greift sie direkt an. Tanaka, was machst du denn da? Geht das so? Scheiber schon, oder? Tatsächlich. Nichts. Das ist das Geschütze zerstört. Gute Arbeitsplätze. Gebieter, alle Geschütze hier sind erledigt. Meine Truppen werden die Stellung sichern. Gehen Sie weiter zum Wächter. Sie müssen den Master Chief rechtzeitig erreichen. Verstanden, Gebieter. Verbündete Phantoms im Anflug. Spartan Lock, kommen. Marquis, da bist du ja wieder. Flackstellungen sichern noch immer den Luftraum zwischen Ihnen und dem Wächter. So viele, als dass ich Sie zu Ihrem Ziel bringen könnte. Sie müssen einen anderen Weg finden. Bei Ihrer Position sollte sich ein Pfad zur Unterstadt von Zornayon befinden. So sollten Sie direkten Zugang zum Wächter erhalten. Danke, Marquis. Osiris, es gibt einen Weg nach unten. Findet ihn. Ein Weg nach unten. Ah, der Luftraum ist auch ziemlich heiß, oder? Wenn man sich das nochmal anguckt. Ich meine Güte, da will ich auch nicht gerade durch. Aufzugssteuerung. Macht Sinn. Scheinbar kriegen wir sogar ein paar Eliten zur Seite bestellt. Okay. Da ist ein Aufzug in die Unterstadt. Da würde ich sagen, auf geht's. Ach so. Gebieter sind unterwegs zur Unterstadt. Ich muss Sie warnen. Bevor der Wächter in den Hyperraum springt, sendet er eine Reihe von Schockwellen aus. Wenn Sie Ihre Schäffe in Sicherheit bringen, kriegt die Allianz das Schlimmste an. Sieg und Ruhm und springen in keinem zaghaften Samen, Spartan Lock. Ihre Ernte soll glorreich sein. Wenn Sie den Chief wiedersehen, rüchten Sie bitte meine Grüße aus. Das werde ich, Sir. Habe ich das? Ich kann Sie an Sangheili so mit einem Menschen reden hören. Wer jetzt mir nicht zu Kopf steigen lassen. Wir müssen weiter. Der Wächter könnte jederzeit abfliegen. Wir dürfen unser Taxi zum Chief nicht verpassen. Der Gebieter will also hier sterben im Kampf. Oh Mann. Halo 6 ist ohne Gebieter. Ehrenvoll oder Thürich. Das ist hier die Frage. Bug, geh bitte weg da. Die Unterstadt. Die Soundkulisse ist aber auch der Wahnsinn. Wenn ich das mal anmerken darf. Da unten würden wir direkten Zugang zum Wächter erhalten. Aber es ist sonst keiner da, um die Feinde von uns abzulenken. Hauptsache wir kommen schleunig zum Wächter. Für wahr, für wahr. Mir fehlen irgendwie die Datenpads, oder? Mann. Ich will so viele Mittel wie möglich, aber... Die sind echt gut versteckt. So, mit etwas guter Deckung könntest du das Strahlengewehr gut einsetzen. Oh Mann. Einmal hier raus, einmal hier rum. Hallo, Taneka. Wo sind die Lieten? Da. Das war keine Liete. So, ein Energiekern. Sieht auch schick aus. Okay. Hier sieht alles sauber aus. Oh, was höre ich da? Was höre ich da? Wo denn? Aua, woher kann das denn jetzt? Ich höre das Datenpads, ich sehe es aber nicht. Nichts. Nein. Nein. Okay, die Idee war richtig. Habt ihr es gesehen? Die Idee war echt richtig. Ne. Die Düse war falsch. Verdammt mich. Ich fall da noch runter. Ich sehe es schon kommen. So. 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 Ne. Oh Gott. Ich dachte, das wäre es gewesen. Okay. Boah. Nochmal. So. 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 Perfekt. Oh Mann. Der Schläfer. Der Schläfer. Da bin ich hier direkt wieder hier bei dem ganz anderen Spiel. Ich bin schon längst bei euch, die Idioten. So. Das wird aber gut durchparschiert, oder? Ebenfalls erledigt. Der Wächter ist noch weit weg. Schnell. Schnell. Okay. Das taktische Vorgehen mit den Schakalen üben am besten nochmal. Mal. Okay. Das schaffen wir. Ganz ruhig. Oh. Ich habe alles nur Kontrolle. Oh. So. Im Idealfall. Sind wir das? Das heißt, der Wächter wird bald erwacht. Beeilung, es sei es. Ich glaube, von da bin ich gekommen. Frohe der Hinweis. Danke. Munition. Sturmkarabiner. Boah, ist das eine riesige Region hier. Und ich muss sagen, man hat sogar das getäuschte Gefühl einer riesigen Freiheit. Also das ist gar nicht so linear, wie es scheint. Autsch. Danke, Bug. Okay, da oben war ein Schakal. Erledigt. Erledigt. Oh nein, Waffe leer. Erledigt. Jetzt gerade klappt es echt super. Merkt ihr das? So. Wer hat doch nicht mehr will nochmal. Oh, der da oben. Oh, Mann. Ist das der Fall der Allianz? Es scheint beinahe so. So. Bin fort mit euch. Erledigt. Und erledigt. So. Boah. Das ist aber mal ein Gemetzel hier, oder? Ich glaube. Oh. Oh. Achtung. Und die Platte des Jägers ist ab. Vom ersten. construisten. Leute, geht nicht in den Nahkampf. Geht nicht in den Nahkampf. Geht nicht in den Nahkampf. Bitte, bitte, bitte. Das ist ganz dumm. Autsch. Müsst ihr die irgendwie ablenken, Leute. Geht dort. Brauch eine neue Position. Nehmt den Jäger und der Beschoss. Sofort. Oh man. Autsch. Oh oh. Ja, wie auch immer wir das gemacht haben. Weilen wir uns. Wir haben sicher nicht mehr viel Zeit. Auszug führen. Was ist jetzt schon wieder? Gegner. Ja, ja. Erste Munition holen oder Waffen holen. Generell. Flaggeschütze. Äh. Das hätte alles ein bisschen einfacher gemacht. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Mit ein bisschen Glück, aber wir haben es geschafft. Ah ja. Datenpad. Ja. Es gibt also immer noch Spinner, die an die große Reise glauben. Obwohl die Propheten ja die ganze Allianz miteinander verraten haben. Naja. Spinner gibt es immer und überall. Gut. Ich würde sagen, es geht nach oben. Oh man. Auf zum Wächter. So. Gebieter. Spartan Lock hier. Hören Sie mich? Spartan Lock, ich bin dein Wächter. Sie schlachten alle ab. Gebieter. Das war nichts. Wir sollten jetzt in der Nähe des Wächters sein. Und wenn wir dem Gebieter helfen können? Werden wir. Aber nicht, wenn wir den Wächter verpassen. Den Chief zu erreichen ist wichtiger. Wenn wir den Wächter verpassen, was ist unser Plan B, den Chief zu finden? Das ist Plan B. Das ist der einzige Wächter, den wir haben. Wir haben wohl den ganzen Spaß verpasst. Oh mein Gott. Da ist etwas. Ein Datenpad vermutlich. Ah, ein Artefakt. Verleumde nicht die Worte jener, die die Sonne vor dir erblickten. Ach. Was sind das denn bitte für weise Worte? Denn die vor uns haben natürlich alles anders gesehen und aus einer anderen Perspektive, vor allem mit anderem Wissen gesehen. Genialer Spruch. Die Wächter. Die Wächter. Töten! 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 Okay, da habe ich beider Mitleid mit den armen Viechern. Warum wird der bitte ein... Ich frag gar nicht erst. Ich darf vielleicht noch was versteckt, sieht so aus. Ich finde die Datenpads einfach nur hochinteressant, müsst ihr wissen. Vor allen Dingen die der Allianz, weil sie eben wirklich Hintergrundinformationen liefern, die man so sonst wirklich nicht bekommen würde. Gedanken, Emotionen und all sowas. Ihr Wächter singt! Wie viel Zeit bleibt uns? Nicht genau. Beeilung, Osiris! Okay, dann solltest du mal wieder dran halten. Da, Emotionen! Der Wächter steigt empor! Gebiete, der Wächter ist... Oh oh! Oh oh! Der Wächter fliegt nicht ohne uns an! Osiris! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh Gott! Oh man Okay Ich glaube wir haben keine Zeit zu verlieren, oder? Ja, das sind Prometianer Da ist noch einer Die Uhr tickt. Los, sonst verpassen wir unser Taxi zum Chief Und das wollen wir auf keinen Fall Was denn wo denn? Jetzt wirklich irgendwo ein Datenpad? Tatsächlich hier hinten Darf ja nicht wahr sein Ja, vielleicht ist die Schwäche ja stärker als eure Stärke Weshalb ihr vielleicht die Schwächeren seid Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert Aber okay Wir folgen, oder eher gesagt, wir gehen auf den Wächter zu Oh Ja, Moment Leute Hier haben wir noch ein Artefakt Für wahr, für wahr, denn man weiß nie auf was man stößt So Stell zum Gebiet, hör Wir sind fast beim Wächter Sie können uns nicht mehr aufhören Wir müssen uns einen Weg zum Wächter machen, bevor ihr startet Nur für euch meine Schönen So So Boah, die ganze Stadt stürzt ein Da ist der Wächter Oh oh Beobachter Okay Deckung, deckung Böder Beobachter Böder Beobachter Immer weiter aus Wir sind fast beim Wächter Oh mein, ich bin echt mitgepackt hier Von dem Tempo So So Ist hier vielleicht das letzte Artefakt? Ganz kurz, nein Wäre perfekt der Ort gewesen So Die dritte Zündung Der Wächter wird jeden Moment verschwinden Hauptsache, der Wächter ist noch da Wir haben noch Zeit Ganz so beruhigt wäre ich aber nicht, wenn ich unser guter Lock wäre Erledigt Woaa Okay Hilfe Danke Deckung, Deckung, Deckung Munition Munition, hört sich nicht schlecht an Oh, sehr schön So So Buck hat auch die Gute Position hier entdeckt Das Ding ist hier Wir haben es doch getötet Keine Zeit für Diskussion Töte Dino Cyrus Oh nein, nicht der schon wieder Oh nein, nicht der schon wieder Leute, die Beobachter Leute, die Beobachter Müssen weg Dankeschön Munition Boah Ja, ihr seid alle gut, Leute Einige So Mal wieder Deckung Wo ist denn der gute Wärter? Oh man, oh man, Back und Wehe Der Werter ist das Ziel Erst kümmern wir uns um den Werter, Feuer konzentrieren Auf mein Zeichen Schon unterwegs Bitte, alles klar Oh man, oh man, ouch, ouch, ouch Probieren wir es mal Auf das ist das mal realere Art und Weise So So Da ist unser guter Werter, oh Der kann Granate einfach abwehren Glaub ich auch Werden wir aber Was ist Genesis? Das Ziel des Wächters Oh Oh Der Wächter haut ohne uns ab Es muss ein Weg Osiris, jetzt oder nie Ich komme angeflogen Halten Sie sich bereit Los Sind an Bord Festhalten Auf Augen auf Doc Sie verpassen ja den ganzen Spaß Das ist jetzt schon das zweite Mal Oh, wir zählen also mit Los Los Sie haben einen Versuch Wir sind bereit, Commander Jetzt Alles klar Palmer Lack 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 Wie Lack 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 W Untertitelung des ZDF, 2020